Hallo, heute wollen wir unsere Aufstiege verbessern und wir haben euch fünf Tipps mitgebracht, die wir euch jetzt vorstellen. Lasst uns starten! Tipp Nummer 1 ist es, den Ball mal höher zu werfen. Das Gute daran ist, dass der Ball, wenn er hier oben ist und hinunterfällt, an Geschwindigkeit zunimmt und mit dem gleichen Balltreffpunkt, den man dann hat, mehr Rotationen erzeugen kann. Aber Achtung, das Timing verändert sich. Der Ball hat eine höhere Flugkurve, kommt später runter und du musst jetzt darauf achten, den Ball wieder gleich zu treffen auf der gleichen Höhe und den Ball dementsprechend gut beobachten. Tipp Nummer 2 ist es, auch mal Rückhandaufschläge zu machen. Denn wenn man die ganze Zeit nur Vor- und Aufschläge macht, ist das nicht variabel und der Gegner kann sich darauf einstellen. Macht man statt Vor- und Aufschläge Rückhandaufschläge, verändert sich ja auch die Ballflugkurve und die Rotation und der Gegner muss sich dementsprechend anpassen. Manchmal ist das der Tipp zum Sieg. Das war ein kurzer Aufschlag. Wenn man mal die Profis beobachtet, dann sieht man ja kaum noch kurze Aufschläge, sondern immer halblange Aufschläge, die gerade so rüber gucken oder gerade so ein zweites Mal tippen. Und das ist auch meine Empfehlung an euch. Vergisst die kurzen Aufschläge, egal wie oft euch euer Trainer, euer Kumpel nennt. Macht halblange Aufschläge. Der Vorteil ist einfach, dass es viel, viel schwerer ist, zu flippen für den Gegner, aber auch selbst kurz zurückzulegen, weil die Bälle ja auch schon länger sind. Und somit ist es für sich selber leichter, mit dem dritten Ballkontakt anzugreifen, da der Gegner den Ball eher lang spielt. Einfach mal von woanders aufschlagen, um den Gegner eine neue Herausforderung zu geben. Weil wenn man immer nur von einem Punkt aufschlägt, ist die Rotation irgendwann auch klar für den Gegner und auch wie der Ball fliegt. Wenn du aber die Position veränderst und hier mal ein bisschen wanderst, stellst du ihn auch vor neue Herausforderungen, die sie erst mal lösen müssen. Und wenn ihr schon mal die Stellung des Aufschlages verändert, dann verändert doch auch mal den Schnitt. Angenommen ihr seid in der Position und macht Unterschnitt-Aufschläge. Okay, der muss halt auch kommen. Und euer Gegner schupft den immer sehr, sehr sicher zurück. Da muss man was verändern. Und dann stellt ihr euch hier hin und ihr macht mit der gleichen Bewegung einen leeren Aufschlag und den schupft da vielleicht drüber. Und schon hat man sein Ziel erreicht, den Gegner vor neuen Herausforderungen zu stellen und vielleicht auch Punkte zu sammeln. So und jetzt kommt der dritte Tipp in diesem einen Tipp eigentlich. Eigentlich völlig bescheuert, aber so sind wir halt. Angenommen, ihr macht ganz oft in eurem Spiel seit Unterschnitt-Aufschläge kurz dahin und euer Gegner flippt, schuppt, das weiß ich jetzt nicht. Immer wieder und gewöhnt sich daran. Was macht man dann? Man macht vielleicht auf der gleichen Position einen langen, schnellen Aufschlag. Denn es kann ja passieren, wenn ihr so oft kurz aufschlägt, hat der Gegner auch eine viel nähere Grundstellung. Das heißt, man kann ihn dann überraschen, wenn er zu nah am Tisch steht. Er ist jetzt nah am Tisch und schnell der Aufschlag und er wird hektisch und kann nicht schnell genug reagieren. Vielleicht sofort ein Fehler. So vielleicht nicht. Mir geht es jetzt darum, was passiert nach dem Aufschlag. Und jeder sollte wissen und sich mit seinem Spiel beschäftigen. Was ist seine Stärke? Was ist deine Stärke? Und meine Stärke ist die Vorhandsorientierung zum Beispiel. Und ich mache meinen Aufschlag und es muss ein fließender Übergang sein in eine Stellung, um mit der Vorhands möglichst den ganzen Tisch abzudecken. Bei mir. Vorhandsorientiert stehen. Um möglichst fast den ganzen Tisch abzudecken und dann mit einem Schritt überall hinzukommen. Und ganz wichtig ist es mir zu sagen, dass diese Übergangsphase nicht mit einem Aufrichten verbunden ist. Es ist mit einem fließenden Wechsel sofort nach unten zu gehen und bereit zu sein. Und ganz, ganz wichtig, wirklich, es ist fließend den Übergang zu gestalten, aber dauerhaft unten zu bleiben. Und selbst wenn man mal kurz, sag ich mal, wenn man hoch den Ball wirft und hochwippt, ist man beim Balltriffpunkt wieder unten hier. Um die Schlägerhöhe richtig zu haben, knapp über Tischhöhe. Und dann bleibt man unten und man ist bereit. Dauerhaft. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das Thema Aufschläge interessiert euch ja sehr. Man liest es ja schnell bei uns in den Kommentaren. Ja, und deswegen machen wir es immer wieder und versuchen immer wieder neue Tipps einzubauen. Und ich hoffe, auch jetzt war wieder was Neues für euch dabei. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Folgt uns auch auf Instagram. Hier ist der Link dazu. Und dann wünsche ich euch einen guten Tag, schönen Abend noch. Bis dann. Adios. Kurz und knackig. Ja. Ja, ich bin die Eile, ich bin die Barsch mit der Ecke.